Musik Sehr geehrte Kunstfreunde und Freunde der Fotografie, ich habe die Ehre, Ihnen heute einen besonderen Künstler vorzustellen, Herr Herbert Wagner, er steht neben mir, steht erstmals in der städtischen Galerie aus, er liegt in Passau, hat an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert und im Jahr 1975 seinen Staatsexamen für Kunsterziehung gemacht. Seither war er bis zu seiner Pensionierung Kunsterzieher am Gymnasium Leopoldinum in Passau. Manche werden sich vielleicht fragen, wie kommt Herr Hafner dazu, in Pfaffenhofen auszustellen. Nun, seine Tochter Anna Duscher lebt in Pfaffenhofen. Beim Besuchen hat er schon viele Ausstellungen hier in der städtischen Galerie besucht, besucht unter anderem die der Fotofreunde Pfaffenhofen, die er, wie er sagt, sehr schätzt. Vor allem wegen der Vielzeitigkeit, in der Bildgestaltung, von sehr asketischen Bildern bis hin zu digitalen Exzessen. Herr Hafner beschäftigt sich seit den 1980er Jahren verstärkt mit der analogen Fotografie. In den letzten Jahren nach seinem Dienstende umso mehr. Dies ist ja recht ungewöhnlich, weil sich in der Fotografie die digitale Technik immer mehr durchsetzt. Sogar im professionellen Bereich. An jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit wird heute mit den Händen geknipst und mit der digitalen Kamera fotografiert. Jeder kann heute ganz ordentlich Bilder machen. Dies ist aber nur der automatisierten Technik zu verdanken. Können oder fotografisches Grundwissen ist hier meistens nicht vorhanden. Wer kennt schon Begriffe wie Blende, Schärfentiefe oder Brennweite. Die digitale Fotografie ist im Vergleich zur analogen Fotografie ein Kinderspiegel. Nur wer beide Techniken selbst erlebt oder auch mit ich gelebt habe, kann das beurteilen. Die neue digitale Technik ist aber für Insider oder für Künstler mit einem großen Verlust verbunden, verbunden, nämlich, dass der physikalische und chemische Prozess und Kontext praktisch eliminiert wird. Nicht so bei unserem Ausstieg. Der magische, geheimnisvolle Moment im dunklen Fotolabor, wo durch den Einsatz verschiedener Chemikalien und lichtempfindlichen Papieren ein Foto oder, wie bei Ihrem Aufnahmen, auch Kunstwerke entstehen, ist mit der Bildbearbeitung am Computer nicht zu vergleichen. Die Arbeit im Labor bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, die nur in diesem Ambiente entstehen können. Ich selbst weiß, worüber ich spreche, denn ich beschäftige mich schon über 50 Jahre mit diesem Medium. Viele Techniken, die Sie hier sehen, sind mir bekannt. Ich kann einschätzen, mit welch ungewöhnlichen Fotokünstler wie es wir, der Herrn Hafner, zu tun haben. Wenn wir die ausgestellten Bilder anschauen. Man kann hier wirklich von Kunst sprechen. Mit seinen Arbeiten bleibt er auch nah am Ursprung der Fotografie, die der Wortbedeutung im Griechischen nach Malen oder Zeignen, nämlich Licht, bedeutet. In dem Raum befinden sich verschiedene Arbeiten, die sich mit dem Malen mit Licht beschäftigen. Herr Hafner nennen sie Light Scribes. Es sind kameralose Luminogrammi. Durch eine speziell entwickelte Technik gelingt es, die Bewegung einer Lichtquelle als lineare Zeichnung umzusetzen und fotografisch festzuhalten. Ich möchte Ihnen die Technik kurz erklären. Bei den Luminogrammen ist die Lichtquelle zum Beispiel eine Taschenlampe, die fast völlig, bis auf eine winzige Öffnung in der Mitte der Lampe abgeklebt ist. Sie wird an die Decke eines verdunkelten Raumes gehängt und in Pendelbewegungen oder in Rotations oder in Rotation gebracht. Durch die direkte Belichtung auf Fotopapier wird die Bewegung festgewalten. Dabei sind zunächst auf dem Papier keine Spuren zu sehen. Die werden, wie in der normalen analogen Fotografie, erst im Entwickler sichtbar. Die Ergebnisse sind also absolute Unikate, bei denen höchstens ähnliche Formen produziert werden können. Diese Technik ist natürlich auch mit einer Menge an Ausschussbildern verbunden. Interessant zu wissen ist noch, dass Hoffner seine Fotochemikalien selbst herstellt. Er kreiert seine speziellen Entwickler je nach Papiertyp oder Filmart selbst. Was noch dazu kommt, er hat auch handwerkliches Können, er macht alle Holzrahmen in seiner eigenen Werkstatt selbst. Jedes Bild ist also in jeder Hinsicht ein Unikat. Ergänzend zu den Light Scraps, die Sie gleich hier alle sehen, bis darüber, sehen Sie in der Ausstellung abstrakte Bilder, die jedoch auf chemischer und mechanischer Manipulation von unbelichtertem Filmmaterial basieren. Einige gegenständliche analogen Fotos, analoge Schwarz-Weiß-Bilder auf Silber, Gelantine, Barrettpapier in zeitlosem Schwarz-Weiß runden die Ausstellung ab und zeigen dadurch eine gesamte Palette an Gestaltungsmöglichkeiten in einem Fotolabor auf. Ich wünsche Ihnen beim Betrachten der Fotos viel Vergnügen, Interpretationsvermögen und Fantasie. Wenn Sie Fragen zur Technik und zu den chemischen Vorgängen oder Verfahren haben oder zu seiner Philosophie von Fotografie, steht Ihnen der Künstler gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank.